Hi Leute, ich bin's wieder, Anna. Und ich werde euch heute einen Kartentrick beibringen. Los geht's! Und zwar dieser Kartentrick. Keine reparierten Karten, nichts. Normale Skat-Karten. Dieser Trick Kartennüschel Dies ist eure Karte. Ich seh sie nicht. Ich weiß nicht, welche Karte es ist. Ich werde jetzt eure Karte rausfinden, welche es ist. Gleich würde ich eure Karte wissen. Hat's unter. Nun zeige ich euch den Trick. Also, ihr lasst eurem Gegenüber später eine Karte ziehen. Dann macht ihr zwei Stapel. Die Karte soll sich ganz genau anschauen. In der Zeit, wo ihr euer Gegenüber sich die Karte anschaut. In der Zeit, wo sich euer Gegenüber die Karte anschauen, könnt ihr euch die Karte von eurem Stapel in der rechten Hand ansehen. Und das alleine auf der linken Hand. Auf der rechten Hand lasst ihr euer Gegenüber die Karte wieder drauflegen. Und ihr setzt die Stapel wieder zusammen. Und könnt beim Gegenüber seine Karte zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da und ein Abo da. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.